Mitte Juli diesen Jahres haben wir Sie über eine Unterschriftenaktion in Wilkau-Hasslau informiert. Konkret ging es dabei um einen Weg, welcher über Jahrzehnte oder besser gesagt Jahrhunderte, denn die erste Erwähnung gab es 1648, eine kurze Verbindung zwischen Haslau und dem höher gelegenen Rosenthal darstellt. Benannt nach einem alten Bäckermeister namens Puchta, spricht man umgangssprachlich vom Puchta-Berg. Besonders für die Kinder, welche im Rosenthal wohnen und die Dittes-Grundschule besuchen, war dieser Weg nicht nur eine kurze Verbindung, sondern auch ein sicherer Weg. Wahr, denn seit über einem Jahr müssen die Schulkinder über den Mühlweg laufen und damit viele Meter mehr absolvieren. Außerdem ist dieser Weg sehr schmal und verfügt über keinen Fußweg. Hintergrund der Sperrung des Puchta-Berges sind Baumaßnahmen, die ein privater Investor durchführt. Eigentlich sollten diese längst abgeschlossen sein und die Wiederherstellung des Weges war bereits Bestandteil der Bestätigung des Bauantrages. Mittlerweile ist der Weg zugewachsen und ein Begehen unmöglich. Mehr als 130 Unterschriften waren bereits im Juli zusammengekommen, um den Weg wieder begehbar zu machen. In der vergangenen Woche waren es die Betroffenen, die Kinder, welche die Unterschriftenliste in der Sitzung des Willkauer Stadtrates übergaben. Die Wünsche und Forderungen der Bürger entsprechen in diesem Falle auch der Ansicht der Stadtverwaltung. Der betreffende Weg muss nach Abschluss der Baumaßnahmen wiederhergestellt werden. Die Stadtverwaltung Wilkau-Hasslau wird auch weiterhin mit dem Investor in Kontakt bleiben. Voraussichtlich im Oktober wird es eine Veranstaltung geben, auf welcher der Investor seine weiteren Maßnahmen darlegen und die Fragen der Bürger beantworten wird. Informationen zum genauen Zeitpunkt und dem Ort wird die Stadtverwaltung rechtzeitig bekannt geben.